Als ich ein junges Mädchen war, entwickelte ich eine Liebe für Plüschtiere. Ob groß, klein, aus Samt oder Baumwolle, kein Plüschtier war tabu. Ich bekam für jede Gelegenheit ein Kuscheltier und bald hatte ich eine ganze Sammlung. Obwohl ich alle meine Sachen liebte, stach eines ganz besonders hervor. Es wurde zu meinem Lieblingstier. Meine Hauskatze Harvey starb, als ich zehn Jahre alt war. Ich habe ihm nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich Plüschtiere immer den echten vorgezogen habe. Trotzdem traf mich sein Tod ziemlich hart. Ich bereute es, dass ich ihm nicht die Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hatte, die er verdient hatte, so sehr, dass ich fast den ganzen Tag weinte, als er starb. Zum Glück kamen die Plüschtiere zu meiner Rettung. Meine Mutter kam ein bisschen später als sonst von der Arbeit nach Hause. Wahrscheinlich folgte sie dem Geräusch des Schniefens und fand mich in meinem Zimmer. Als ich sie sah, war ich überglücklich. In ihren Händen hielt sie ein weiteres Stofftier, das zu meiner riesigen Sammlung hinzukam. Eine Katze, um genau zu sein. Sie sagte, sie hätte es in einem Laden in der Nähe ihres Büros gekauft. Es war aus einem ungewöhnlichen Stoff genäht und besaß zwei unterschiedlich große Knöpfe als Augen, aber es hatte keinen Mund und keine Nase. Ihr seltsames Aussehen verlieh ihr eine gesunde Portion Charakter. Es war perfekt. Ich nannte meinen neuen Freund Harvey nach der Katze, die ich verloren hatte. Schon nach kurzer Zeit vergaß ich den echten Harvey und verliebte mich in die Stoffkatze. Er war immer für mich da, wenn ich traurig war, Kummer hatte oder einfach einen Freund zum Spielen brauchte. Ich nahm Harvey jeden Abend mit ins Bett. Er war mein bester Freund eine Zeit lang. Nur eine Sache konnte einen Keil zwischen unserer Freundschaft treiben. Das Erwachsenen sein. Ich habe bis zu meinem 23. Lebensjahr bei meinen Eltern gewohnt. Dann schloss ich mein Studium ab und entschied mich, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Mein Apartmentkomplex lag ein paar Städte weiter, also wollte ich die Anzahl an Fahrten, die ich für den Transport meiner Sachen benötigte, minimieren. So saß ich einen ganzen Tag lang in meinem Zimmer und ging alles durch, was ich jemals besessen hatte. Das war keine kleine Aufgabe, aber auf lange Sicht würde es sich lohnen. Nachdem ich fast alle meine Sachen durchgesehen und drei große Müllsäcke gefüllt hatte, ging ich zu meiner letzten Aufgabe über. Dem riesigen Haufen Stofftiere in der Ecke meines Zimmers. Allein um diese zu transportieren, würde ich zwei Fahrten brauchen. Zum Glück hatte ich eine bessere Idee im Kopf. Ohne zu zögern fing ich an, jedes Stofftier, das ich sehen konnte, in Tüten zu stecken. Die Dinge, die mir früher so viel bedeuteten, würden bald auf der städtischen Müllhalde landen. Es war mir egal. Schließlich war ich eine erwachsene Frau. Ich hatte gerade das College abgeschlossen, einen anständigen Job bekommen und war dabei, alleine auszuziehen. Plüsch hatte keinen Platz mehr in meinem Leben. Nachdem ich ein paar große Müllsäcke gefüllt hatte, stieß ich auf ein Kuscheltier, das mich innehalten ließ. Ganz unten auf dem Haufen lag Harvey. Ich hatte ihn ganz vergessen. Der gute alte Harvey. Mein bester Freund und Beschützer. Er verjagte meine Albträume und vertrieb meine Traurigkeit, egal wie ich mich fühlte oder was der Grund dafür war. Ein warmes Lächeln tanzte über mein Gesicht, als ich mich an all die schönen Zeiten erinnerte, die ich mit ihm verbracht hatte. Ich nahm an, dass es nicht schaden würde, nur ein Stofftier zu behalten. Ich entschied mich für Harvey und warf den Rest weg. Er würde ein Andenken an mein altes Zuhause sein. Eine Erinnerung an meine Kindheit. Nach einer langen Woche voller Papierkram und Unterschriften war ich endlich stolze Besitzerin einer eigenen Wohnung. Ich zog schnell ein und richtete mir die meisten meiner Sachen innerhalb eines Tages ein. Ich genoss es, mein neues Zuhause einzurichten und umzugestalten. Es war aufregend zu wissen, dass ich endlich das erreicht hatte, wovor meine Eltern und meine Lehrer mich immer gewarnt hatten. Die reale Welt. In Wirklichkeit gab es nichts, wovor man sich fürchten musste. Man müsste nur wissen, wie man alleine zurechtkommt und mit den Schwierigkeiten fertig wird, die manchmal auf einen zukommen. So weit, so gut, dachte ich. Bei Einbruch der Dunkelheit hatte ich alles ausgepackt, was ich besaß. Nachdem das erledigt war, beschloss ich mich auf meine neue Couch zu legen und ein Nickerchen zu machen. Ich war erschöpft. Zu meinem Unglück hörte ich, als ich die Augen schloss, einen lauten Knall von der anderen Seite der Küche. Ich sprang abrupt auf und fragte mich, ob jemand an meinem ersten Tag in meiner neuen Wohnung eingebrochen war. Langsam schlich ich hinüber, um den Eindringling nicht auf mich aufmerksam zu machen. Mit jedem Schritt, den ich machte, bildete sich ein neuer Knoten in meinem Bauch. Als ich an dem Punkt ankam, an dem ich um die Ecke biegen musste, meldete sich eine Schar von Schmetterlingen in meinem Magen. Jeder einzelne flatterte in einem ekelerregenden Tempo. Ich wusste, was ich tun musste, um die Panik zu unterdrücken. Ich sprang um die Ecke bereit, jeden möglichen Angreifer abzuwehren. Ich fand nichts dergleichen. Dort auf dem Küchenboden lag nur eine Kiste. Ein paar Meter davon entfernt stand Harvey. Eine Welle der Erleichterung überkam mich. Ich hatte ihn in einem der Kartons gelassen. Sie war umgefallen und hatte das laute Geräusch verursacht. Mehr war es nicht. Gott sei Dank. Ich hob Harvey auf und legte ihn in die Kiste. Ich stellte sie wieder auf den Küchentisch, aber dieses Mal so, dass sie nicht umfallen und mich nicht beim Schlafen stören kann. Dann machte ich mich auf den Weg zu meinem neuen Bett, legte mich hinein und schlief fast augenblicklich wieder ein. Während ich mich ausrute, träumte ich. In meinem Traum war ich ein kleines Kind. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem meiner Freunde auf einem Rummelplatz mitten in einer Waldlichtung. Mein Traum, ich konnte sich keinen Reim darauf machen, wie ich dort hingekommen war, aber ich genoss die Feierlichkeiten in vollen Zügen. Abgesehen von der Örtlichkeit gab es in diesem Traum eine eklatante Absurdität. Harvey war da. Nicht die Plüschkatze wohlgemerkt. Die echte. Er war gesund und munter und wollte nicht von meiner Seite weichen. Als ich mir Zuckerwatte holen wollte, war er auch da. Ich ging zu einem Zauberer und er war da. Ich bin sogar mit einem Riesenrad gefahren und Harvey kam zu mir hoch. Es war wirklich schön, ihn wieder lebendig zu sehen. Jedenfalls am Anfang. Harvey begleitete mich zu einem der Zelte, um mir beim Spielen zuzusehen. Ich hatte drei Versuche, einen Stapel Milchflaschen mit einem Luftdruckgewehr umzuwerfen. Mein erster und zweiter Versuch waren erfolglos. Bei meinem dritten Versuch gelang es mir jedoch, eine der Flaschen am unteren Ende umzustoßen, sodass sie alle umstürzten. Ich drehte mich um, um zu sehen, was der Grund für die Aufregung war. Hinter mir drängten sich alle Menschen auf den Rummel zusammen und starrten mit besorgten Gesichtern in meine Richtung. Ein Mann hielt sich sogar bestürzt den Hut vor die Brust. Ich folgte ihren Blicken und sah hinter mir. In diesem Moment wurde mein Traum zu einem Albtraum. Ich sah Harvey. Er lag in einer Blutlache, wo die Flaschen gestanden hatten. Mein Herz raste, während mir die Tränen über die Wange liefen. Er… Er ist tot. Und ich hab ihn getötet. Aber wie? Bevor sich die Schuldgefühle einstellen konnten, kam der Mann, der das Zelt betrieb, mit einem breiten Grinsen zu mir herüber. Hier… Hier ist dein Preis. Er erreichte mir eine Plüschkatze. Es war Harvey. Die ausgestopfte Version. Natürlich war es ein lebloser Gegenstand, aber ich spürte, wie seine Knopfaugen mich angewidert anfunkelten. Furcht und Verwirrung überkamen mich, aber ich wurde bald durch das Geräusch von Bewegung abgelenkt. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass mich alle vom Rummelplatz umzingelt hatten. Sie waren völlig still, aber ihre Augen haben gesprochen. Mir wurde ein unversöhnlicher, kollektiver Blick zugeworfen, den ich nie vergessen werde. Sie kamen näher und näher, bis ich schließlich aufwachte. Der Traum war vorbei, aber die Angst hatte gerade erst begonnen. Als ich erwachte, hörte ich ein weiteres Geräusch aus der Küche. Ich sprang aus dem Bett und rannte so schnell ich konnte dahin, denn ich wollte mich nicht wieder der Nervosität einer langsamen Annäherung hingeben. Was ich vorfand, was ich vorfand, als ich ankam, war seltsam. Schränke standen offen, Dinge waren auf dem Boden gefallen und die Kiste, die ich auf dem Tisch abgestellt hatte, stand auf dem Kopf. Aber es war niemand da. Klar, die Tür zu meiner Wohnung war immer noch verschlossen. Da ich mir die Unordnung in meiner Küche nicht erklären konnte, lief ich zurück in mein Schlafzimmer. Um sicher zu gehen, schloss ich mich ein. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass die Tür gesichert war, ging ich zu meinem Bett in der Hoffnung, mich etwas hinlegen und meine Gedanken sammeln zu können. In diesem Moment erstarrte mir das Blut zu Eis. In der Mitte des Bettes ruhte eine Plüschkatze. Es war Harvey. Wurde ich bestraft, weil ich als Kind meine Katze vernachlässigt hatte? Oder dafür, dass ich meine Plüschtiersammlung weggeworfen hatte? Wollte Harvey wirklich so sehr meine Aufmerksamkeit? Nein. Natürlich nicht. So etwas kann nicht passieren. Ich ging zum Bett hinüber und hob Harvey auf. Ich sah ihn lächelnd an und erinnerte mich an die schönen Erinnerungen, die wir gemeinsam hatten. Er war immer für mich da gewesen, egal was passiert war. Selbst wenn er irgendwie zum Leben erwacht wäre, würde er mir auf keinen Fall etwas antun. Als ich Harvey wieder auf dem Bett absetzte, bemerkte ich ein kühles Gefühl an meinen Fingern. Es war feucht. Aber wovon? Ich lief zu meinem Nachttisch und schaltete die Lampe ein. Es war… Blut. Blutflecken bedeckten Harvey und das Bett lagten unter ihm. Aber wie? Während ich grübelte und meinen eigenen Verstand in Frage stellte, ließ mein Adrenalinspiegel nach und ich spürte ein leichtes Stechen in meinem Rücken. Der Schmerz wurde von Minute zu Minute intensiver. Ich ging zu meinem Spiegel und hob mein Hemd hoch. Was ich sah, spottete jeder Vernunft. Es… Es waren Kratzspuren.